moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge x4 foundations ja letzte folge ein paar veränderungen durchgeführt an dieser station habe dort meine landeports ein bisschen runter gesetzt ich glaube eher dass die hier ein paar probleme haben mit der wegfindung denn hier die kai steht immer noch dort durch rum ich denke mal dass sich dort was tut mal schauen was der hier machte ist nahrungshändler ob er ohne probleme jetzt hat den weg dort oben hin führt bei hinten den weg hin menschen heute los verdammte hacke es liegt daran dass ich frisch von der arbeit nach hause gekommen bin kurz was gegessen habe und die zweite folge hintereinander ja er hat den weg direkt gefunden er landet dort der hier land auch direkt dort komisch gelandet aber hey was soll's ihr fliegt auch direkt wieder weg du bleibst hier okay so er ist jetzt um angekommen der pelikan dann würde ich sagen fliegst du mal bitte dorthin welchen weg nimmst du ja du fliegst jetzt hier rüber ich verstehe den sind da nicht dahinter so aber waren transferieren mit drohnen bauteile über bestätigen logische übersicht drohnen 125 stück ich glaube die smartchips reichen nicht mehr aus die ich hier habe nahrungsmittel ja medikamente ja energiezellen wird irgendwie nicht verkauft wasser da ist wieder einiges unterwegs und stationskonto von 441.000 credits so dort unten die station sollte auch wieder zwei millionen haben 1,6 millionen nehmen wir mit und dann kaufen wir uns mal tankaini hey tankaini oder tankaini und der mike 5000 servus wir teleportieren uns mal dort unten hin kaufen ja war ja noch mal klar speichern was für ein zufall wir kaufen uns jetzt dann noch die raumsprit brennerei und dann werden wir diese station natürlich auch wieder weiter bauen mit raumkraut und raumsprit ganz kurz mal nachschauen denn enzyklopädie da waren wir noch was unbewusst gewesen mit der raumkraut wo sie denn raumkraut produktion gewürze und zum pflanzen und ich brauche zum pflanzen ja gut okay das ist eigentlich kein problem wieso muss ich hier immer das machen und dann wieder landen okay wir brauchen wir müssen noch von den teladis noch zum pflanzen holen aber dort werde ich auch definitiv die die blaupause holen also kaufen die ja piraten sollen jetzt erstmal egal sein jetzt bist du wieder links einmal bist du geradeaus blaupause kaufen und zwar die 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 ist ja bei hrt da sind ja die piraten Ja, hier muss ich auch wieder Das hier Und das hier stimmt ja sind ja piraten die haben ja raumsprit und raumkraut Er schafft auch sumpf pflanzen das wäre noch besser Ich habe zwar nicht viel geld zurzeit ansonsten mich jetzt noch ein bisschen in den zinser laufen lassen Was ist jetzt da los hallo spiel nein 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 oh gott Guten tag Raumsprit Bestätigen So dann noch einmal bei den teladys rüber sumpf pflanzen holen ich hoffe mal die sind jetzt nicht so teuer Und zwar nova angreifer Hä Wieso bist du hier Oh Pulsar Teleportiere zu warum ist denn die nova jetzt hier weggeflogen Mal den sinds einschalten Sollte relativ zügig gehen mit dem landen So bist du jetzt angedockt Oh je, oh je, oh je Es bliegt ja jetzt bist du gleich angedockt Teleportiere zu So hier kann ich direkt aussteigen Warum auch immer So Handelsunternehmen Rechts Und dann Fraktionspräsidenten Blaupause kaufen und ich benötige Sumpf pflanzen Sumpf pflanzenproduktion Ach du Scheiße 4,7 Millionen willst du dafür haben Ach du Scheiße Oh weh Auftrag ausgeführt Ja Verdammt Sumpf pflanzenproduktion Oh oh Stationsmodule Produktionsmodule Sumpf pflanzen benötigen Energiezellenwasser Ja Easy peasy baby So Jetzt ist die Frage Das Schiff hier unten Der Pelikan Genau der fliegt jetzt ja dort hoch Wir teleportieren uns wieder rüber Und dann hoffe ich mal Dass das wieder funktioniert Mit den Drohnen So Wir lassen mal den Sinster wieder laufen Äh Dann ist die Frage Du bist eigentlich fertig mit dem 140 Drohnen Die befüllen sich Ich hab noch Smartchips Ja Ansonsten Wasser wird noch gut eingekauft So Komplobo Du warst gestern schon hier gewesen Hehe Ich glaub der hat Acht Stunden Ne Der ist schon gestern hier herum gedüst So Da ist die Frage Hast du jetzt da Drohnen oder nicht Ja Jetzt hast du Drohnen Wieso hast du jetzt da Drohnen Ähm Ah Jetzt hast du Hier hast du Drohnen Bauteile benötigt Aber unten nicht Hä Das ist jetzt sehr seltsam Unten bei der Station Hat er keine einzigen Drohnen Bauteile benutzt Und hier Ja Okay Ich hab Drohnen Alles klar Dann Pelikan Äh Fliege zu Und dort bleibst du erstmal So Ja Es staut sich hier immer noch alles Warum staut sich hier alles Haben die jetzt da keine Abnehmer Doch jetzt hauen sie ab Ne Jetzt bleiben sie wieder hier stehen Haben die jetzt da keine Abnehmer Wo sie hinfliegen können Weil Ja wie gesagt Es staut sich hier etwas Bei mir Also wenn ich jetzt da ein Pirat wäre Hätte ich da hier Schönes Spiel Alles hier Ja Aufzuräumen Oh Gott oh Gott oh Gott Geldmittel verwalten Äh Weg damit So 1,4 Millionen Nicht der beste Wert Hier 400.000 Und dann Würde ich sagen Ich müsste jetzt da noch ein paar Bauteile ja noch auf Lage haben Ne Genau Richtig Gut Womit fangen wir denn als nächstes an Wir haben die Wasserproduktion Passt Dann Würde ich direkt sagen Fangen wir doch mal an Mit der Waffenkomponenten Hä Wann habe ich diese Blaupause Wann habe ich diese Blaupause Waffenkomponenten Sumpflanze Weizen Nahrung Raumkraut Ja Oh mein Gott Ich bekehre so langsam nicht mehr durch Argonen Keladi Oh ne Ihr habt ja auch noch diese Oh ne Oh ne Stopp Äh Falsch Boah Keladi Brauch Gewürze Wasser Weizen Gut Da fangen wir direkt um an Mit der Weizenproduktion Weizen Ach du scheiße Du hast diesen Bauteil Du brauchst hier die langen Oh oh So Oder ne Stopp Warte mal Mach mal so 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 Äh Kopiere Sequenz So Kopiere Sequenz Dann drehen wir dich mal Lop Angedockt Und kopiere Sequenz Jetzt schauen wir mal ganz kurz nach Äh Ich hab gesagt ich brauch Weizen Weizen Das Ne Das Sieht irgendwie komisch aus Wenn die so Übereinander gelappt sind Ich baue die dort hinten hin Ich baue die dort hinten hin Entfernen 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 Ja sorry liebe Freunde Ähm Da hab ich mich ein bisschen Unterschätzt Kann man passieren Kann man passieren So Ups Achso da wurde auch mal gesagt Mit Wenn man Shift gedrückt hält Ja genau Man kann sie um Wenn man Shift gedrückt hält Kann man die Bauteile um 30 Grad Drehen Oh ich hab jetzt noch 7 FPS Wieso hab ich 7 FPS Jetzt geht's wieder Äh Hallo Ähm Hä Was ist denn jetzt da kaputt Hä Was ist denn los Spiel Irgendetwas stimmt hier nicht Irgendetwas stimmt hier nicht Ne Hier stimmt ganz und gar was nicht Entferne Kopiere Sequenz Das sind sie auf einmal so viel Benötigt an Ressourcen Das ist mir ein bisschen neu So jetzt kann ich hier Weizen Und das hier machen Soll ich das dann Ich hab hier mal ausgerechnet Immer jeweils 2 Weizen Zum Pflanzen Was benötigen die Da kann man das hier so machen Dann entfernen Dann nehme ich hier aber ein langes Teil Hier ein langes Teil Und Na So Setzen wir das hier dran Ein Kreuzmodul Ich hoffe mal das funktioniert Äh Zum Pflanzen Ja passt sogar Gut Da würde ich sagen Schick mir mal ein Konstruktionsschiff hinzu Na jetzt läuft wieder flüssig Ich denke mal eher das liegt an der Dings Wir benötigen dafür 13 Millionen Oh oh Übernehmen Ich denke mal das liegt eher Am Sinser Dass das jetzt hier bei dem Baumodul So ein bisschen rumgespackt hat Ja 83 FPS Jetzt läuft es wieder ein bisschen flüssiger Erst wird daran gelegen haben Ähm Okay wir haben Weizenproduktion Sumpfpflanzenproduktion Dann benötigen wir als nächstes Weizen Wasser Gewürze Genau Gewürze Ist die Frage Wir stellen den mal dort hinten hin Wir nehmen hier ein großes Teil Und hier so ein großes Teil Äh Er wird nach oben drangesetzt Okay Entferne Modul Entferne Modul Dann setzen wir hier so ein Teil dran So ein Teil dran Ne nicht kopieren So Und so Kopiere Sequenz Bop bop Naja Und was war das gewesen Gewürze noch Genau So Sieht komisch aus Alter wie das aussieht Okay Wir haben Und dann hier oben Äh Ah Schau mal da Da kann ich ja direkt hier die Raumkraut Plantagen Dransetzen Ja Das kann ich ja so machen Äh 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 Kopiere Modul Dorthin Genau Da kann man das ja so direkt machen Aber hä Ah Äh Äh Was Und du bist Hier dran Genau Ja dann kann man das ja so machen Das würde eigentlich auch passen Oder Ich Ne Dort unten kann ich es nicht tun Wobei Wenn ich hier hingehen könnte Mit einem Modul Äh Sieht ja auch ein bisschen doof aus Wenn ich den so drehen könnte Das würde eigentlich auch passen Das würde eigentlich auch passen So Könnte ich das Ganze hier einfach nur Äh Als Sequenz hier Rüber kopieren Das würde eigentlich auch gut aussehen Ja 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 Okay wir haben Weizen Wir haben Gewürze Dann könnte ich jetzt auch hingehen Die medizinische Versorgung machen Das Problem ist Die gehen nur nach oben Oder ich mach die jeweils immer dorthin Aber sieht auch ein bisschen doof aus Oder dorthin Mit den Sumpfpflanzen dazu In diesem Fall Platz sparen Oder 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 Heißt es hier nur Ich mach die so hin Bam bam Na na Aber Mach die so hin Ähm Bist du jetzt da dran angedockt Ich mach die so hin Genau Könnte die noch ein bisschen drehen Lapp In diese Richtung Ja Kann ich auch so machen Cool Kopiere Modul Dort rüber Einmal nochmal nachschauen Ja passt Kann ich auch so machen Aber ich finde Ich finde das mit dem Mit dem Stationsbau Und diese Modulen Das finde ich eigentlich schon wirklich Sehr sehr cool 28 Millionen Oh mein Gott Scheiße Ich finde das eigentlich schon ziemlich cool Mit Diese Modulbaugeschichte Hier könnte ich noch was dran setzen Das ganze hier hochbauen Hier noch Wasserproduktion noch dran setzen Ach du Scheiße Also Wie gesagt Hier sind Keine Grenzen gesetzt Hier kann man wirklich hingehen Richtige Komplexe bauen Wie gesagt Die Station ist Die Station ist wie groß Ah Babbabbabbabbabbabb Wasserraffinerie 10 mal 10 mal 10 Also Ähm Wieso ist die 10 mal 10 mal 10 groß Habe ich das ja eingestellt 20 mal 20 Ja gut okay Ist eigentlich egal Aber ja Wie gesagt also Oh oh Was habe ich jetzt da kaputt gemacht Aber wie gesagt Das ist eigentlich schon Eine Sache Basis Verbindungsgröße wird aufgebaut Also diese Station Wird Genügend Geld einbringen Ja Also wenn ich mal das gucke Äh mit Raumspritt Raumkraut Ja Selbst das bringt schon einige Millionen Dann später Mit den Nahrungsrationen Mit den medizinischen Versorgungsgütern Und 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 Was brauchen die denn Na gut Ich habe ja hier Was habe ich denn hier aufgebaut Teladi ne Weil ich will ja so eine Argonen Teladi Fabrik bauen Eigentlich hätte ich ja schon alles Ah ne ich glaube Raumsprit fehlt mir Stimmt ja Mir fehlt Raumsprit Was brauchen Waffenkomponenten Seit wann habe ich diese Hä Und da habe ich die damals extra gekauft Weil die günstig war Raketen Raketenbauteile Fortgehen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich lasse die Finger weg Ähm Wo ist denn hier Raumsprit Raumsprit benötigt Energiezellen Wasser Weizen Leute Raumsprit Das muss ich jetzt auch noch hinbauen Aber die Frage ist wohin Oh Ich würde sagen Die rechte Seite wird Rein der Drogenkomplex werden Ja das wird der Drogenkomplex Genau Aber dafür brauche ich noch Bestimmt einiges mehr An Weizen Ich denke mal Das wird hier nicht reichen Kopiere Hä Kopiere Sequent Achso Hat er schon gemacht Und das hier Was war das gewesen Medizinische Versorgungsgüter Kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Und das kommt weg So Da hätte ich meine Weizenproduktion Ein bisschen angehoben Ob das jetzt mit Wasser noch hinhaut Ich weiß es nicht Aber Ich habe hier vier Weizen Für die medizinische Versorgungsgüter Und auch für Raumspritproduktion Ei 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 Okay das wird schon heiße Süchte Sind wir uns bei 30 Millionen 37 Millionen Ach du Scheiße Bauplanen Ähm Wir speichern Uns das ab Drogenkomplex Eins Eins Oh Eins Neu speichern Ja Das kann man löschen Und gut Ja Da würde ich sagen Ja Scheiße Und hier wieder Geld Stationskonto Rüber damit Ich muss da wirklich Jetzt seitdem Soll ich den Zinser laufen lassen Nur für das hier Oder gleich Heute Abend Den PC einfach anlassen Und das Spiel laufen lassen Wie es mal der Dad gemacht hat Das ist so eine Sache Ich brauche wirklich Wie gesagt Es sind 37 Millionen Für den Bau zuständig Und ich habe da So gut wie gar nichts Gut Aber egal Ich würde sagen Ich mache hier mal Feierabend Und wir sehen uns Demnächst Wieder Also Bis denn Tschüss